So, jetzt gibt es hier das Video zur Mitgliederversammlung am gestrigen Sonntag aus der Masurenallee. Sorry, ein bisschen verspätet jetzt. Habe ich gestern nicht mehr geschafft. Ich versuche mal für mich die wichtigen Sachen alle mit reinzunehmen. Ob es um Aufsichtsrat geht, Präsidentschaftswahlen, Finanzergebnisse ist ja für mich auch immer sehr, sehr interessant und auch total wichtig im Moment für uns. Und natürlich auch sowas wie Vertragsverlängerung mit Winkler. Was hat Pal Dardai gesagt? Also das ist jetzt alles hier in diesem Video. Kann sein, dass es nicht komplett vollständig ist, aber zumindest die Sachen, die ich für wichtig achte, die nehme ich jetzt hier auf jeden Fall mal mit rein. Und kann man auch mal ein bisschen so spekulieren. Vielleicht auch ein bisschen so die Stimmung im Saal kann ich wiedergeben, so wie ich sie zumindest wahrgenommen habe. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Heute Abend 21 Uhr, ja, nicht 21.30 Uhr. Ich bin nämlich heute den ganzen Tag hier und deswegen kann ich auch 21 Uhr machen. Freue ich mich auf den Stream. Gibt es natürlich einen Montag-Stream. Können wir auch über eure Meinung dann diskutieren, was ihr zur Mitgliederversammlung sagt. Wir können uns die neuen Folgen vom How Have Podcast reinziehen und Transfer update die Show. Also ich freue mich sehr auf den Stream. Wir haben jetzt viel zu lange nicht gestreamt. Da habe ich richtig Bock drauf und freue mich, wenn ihr dabei seid. Erstmal möchte ich nochmal Grüße rausrichten. Ich hoffe, er guckt das Video. Ganz, ganz liebe Grüße, absoluter Edelmann. Der Max, Grüße gehen raus. Du weißt, dass du gemeint bist. War ein sehr netter Samstagabend. Und da möchte ich nochmal meinen Dank und meine Grüße da lassen. Und ich möchte natürlich auch alle grüßen. Das ist immer total toll, was ihr mir für ein nettes Feedback entgegenbringt, wenn man sich trifft, ob das jetzt bei Hertha im Stadion ist oder bei einer MV. Liebe an euch alle daraus für dieses nette Feedback, was einen natürlich schon immer sehr motiviert, dann auch weiterzumachen oder auch besser zu werden in dem, was man macht. Und sich auch Mühe zu geben, dass da regelmäßig was kommt. Das sind sehr, sehr nette Gespräche wieder und sehr, sehr nettes Feedback. So, jetzt legen wir aber los. Und es ging los. Ich hatte es gar nicht mitbekommen. Hatte mir dann nur Dennis, liebe Grüße gehen raus, vorher gesagt, dass Klaus Brüggemann wohl zurückgetreten sei. Klaus Brüggemann, Aufsichtsrat, Vorsitzender und Mitglied vom Aufsichtsrat, hatte ja sich mal wieder einem Abwahlantrag zu stellen. Dieser Abwahlantrag hätte wohl eine Dreiviertelmehrheit gebraucht, damit er eben durchgeht. Es gab ja schon mal einen Abwahlantrag gegen ihn im letzten Jahr. Da hatte er allerdings nur 51 Prozent der Stimmen, die ihn gerne abgewählt hätten. Das reichte dann nicht aus. Und dieses Mal war es so, dass er freiwillig im Vorhinein zurückgetreten ist. Im Übrigen genauso wie Renate Dömer. Damit war dann vorher schon mal klar, es wird mal bald wieder Aufsichtsratswahlen geben für die Mitglieder. Und der Aufsichtsrat reduziert sich auf drei Leute. Dann hatte Fabian Drescher, der ja für den im Krankenhaus liegenden Kai Bernstein quasi diese Moderation dann übernommen hat. Kai Bernstein hat ja auch eine Grußnachricht geschickt aus dem Krankenhaus und auch seinen Bericht quasi vorgetragen. Aber das hatte dann Fabian Drescher, der Vizepräsident, übernommen. Und ja, er wurde darum gebeten, den Brief von Klaus Brüggemann vorzulesen. Und das war dann irgendwie schon eine kuriose Situation, wenn gefühlt natürlich auch er kritisiert wird in einem Brief, was vorgelesen wird. Wobei es da eigentlich hauptsächlich um Kai Bernstein ging. Und in dem Brief, wo er dann eben gesagt hat, dass er zurücktreten wird und dass er weiß, dass er damit halt seinen Gegnern, dass er das damit nur befeuert oder es denen einfacher macht, sagte trotzdem, er will das Beste für Hertha BSC und auch seine private Situation und diese ganzen Anfeindungen, das möchte er auch nicht mehr. Und er hat auch darunter gelitten und das glaube ich auch, weil da natürlich schon immer viel Druck dann auf einem lastet und dass er sich eben deshalb dafür entschieden hat. Dennoch hat er halt auch so Sachen gesagt, da wusste ich dann direkt, Ei, 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 erinnert mich ein bisschen an Ingmar Pering, der hat das zwar bei seinem Rücktritt nicht bei der Mitgliederversammlung verkünden lassen, aber eben kurz vorher über die Presse in Form von Interviews und Stellungnahmen. Und es war schon eine krasse Abrechnung. Und ich wusste schon, als der erste Satz kommt, ei, 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 jetzt kommt bestimmt gleich was. Kann ich ja mal zitieren. Kai Bernstein ist privat bestimmt ein netter Mensch und er hat für einen überragenden Support aus der Kurve gesorgt. Er ist aber sichtlich überfordert mit dem Präsidentenamt und erst recht mit einer etwaigen bezahlten CEO-Position. Werteorientierung, keine Vetternwirtschaft zusammenführen, sollte man nicht nur im Wahlkampf propagieren, sondern wenn man im Amt ist, auch leben und nicht konterkarieren. Also da sieht man schon, dass diese Gerüchte, dass das Verhältnis zwischen Kai Bernstein und Brüggemann, aus welchen Gründen auch immer, zerrüttet sein soll, auf jeden Fall der Wahrheit entspricht, weil sonst macht, das ist ja eine klare Abrechnung dann auch mit der Person. Es ist auch immer lustig, wie dann die Leute erst mal sagen, ist bestimmt nett, aber er ist absolut unfähig so ungefähr. Was ich hier interessant fand, dass er gesagt hat, auch nicht für eine etwaige CEO-Position, da hat die Welt zum Beispiel drüber geschrieben und sagte, ja, dass sich ja in den letzten Wochen, Monaten sowieso schon das Gerücht im Umfeld verdichtet hat, dass Kai Bernstein von seinem Geschäftsführer-Posten, der ja bei Hertha immer noch als, ich glaube, als einziger, äh, nicht Geschäftsführer, sorry, Präsidenten-Posten, ist ja immer noch der einzige Profi-Club in Deutschland oder zumindest der ersten zwei Ligen meines Kenntnisstands nach, korrigiert mich da gerne, wo es kein Gehalt für das Amt des Präsidiums gibt, also wo es ein reines Ehrenamt ist, ne, und da sagt jetzt die Welt, da verdichten sich schon länger die Gerüchte, dass Kai Bernstein eben in eine bezahlte Position, äh, quasi wechseln will und das will hier, äh, Klaus Brüggemann quasi direkt mal sagen, dass er das auf jeden Fall nicht kann und geht eben auch nochmal tiefer und sagt, dass es eben nicht alles nur, ja, in einer Vision geteilt werden soll, wenn es um Wahlkampf geht, sondern dass man das auch leben muss und dass er das, äh, bei Kai Bernstein wohl überhaupt nicht gesehen hat, ja. Ähm, Brüggemann hat sich dann auch nochmal über Thorsten Klein geäußert, ähm, der ja auch im Aufsichtsrat ist und, ähm, vorher der Vorsitzende war. Darüber hat er gesagt, dass mein Vorgänger mir in den letzten eineinhalb Jahren das Leben schwer gemacht hat und wie zu hören war, immer wieder verlautet hat, dass er mich verhindern muss und alles tun wird, dass er wieder den Vorsitz übernimmt, ist nicht nur unsportlich und schadet Hertha BSC. Beim Kicker hat er dann auch noch gesagt, äh, wenn Eitelkeiten und Machtansprüche wichtiger sind als der Verein, dann läuft einige schief bei unserer alten Dame. Ich verbiege mich nicht, dann gehe ich lieber. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Kann ich von außen nicht beurteilen. Ähm, ich hab auf jeden Fall immer gerne Leute im Präsidium und im Aufsichtsrat, die natürlich meinungsstark sind, was ja immer jeder von sich behauptet, und die eben nicht zwangsläufig einfach immer nur sagen, ja, mit dem bin ich gut, jetzt trage ich jede Entscheidung mit, also so ein typischer Ja-Sager zu sein. Du brauchst das auch, du brauchst auch Gegengewichte im Präsidium und auch im Aufsichtsrat, auch wenn das manchmal schwierig ist, aber es muss halt immer konstruktiv sein. Es muss immer dazu führen, dass es das beste Ergebnis gibt. Der eine hat die Meinung, der andere hat die Meinung, es muss immer das beste Ergebnis geben für Hertha. Ähm, das ist mir schon total wichtig, aber das kann ich von außen natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, wenn es um Hertha BSC geht, glaube ich, ist keinem damit beholfen, so einen Brief zu veröffentlichen. Also das wirkt für mich dann schon sehr wie Nachtreten, wie wenn man jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, man hat irgendwo seinen Job verloren und tritt dann nochmal komplett nach. Klar kann man machen, um eben auch seine Sicht der Dinge darzustellen, und gerade wenn man in der Öffentlichkeit viel Kritik ausgeübt ist, die man vielleicht für ungerechtfertigt findet und sich da unfair behandelt fühlt, auch von der öffentlichen Wahrnehmung, kann ich das schon verstehen, wenn man das richtig stellen will. Aber irgendwie so eine richtig feine Art fand ich das sowohl bei Pering als auch hier in dem Fall nicht, unabhängig davon, dass ich natürlich nicht weiß, was da alles vorgefallen ist. Es ging ja wohl unter anderem auch um diese Gersbeck-Thematik, wurde zumindest immer spekuliert, dass da Brüggemann auf jeden Fall auch ein deutlicher Gegner davon war. Aber ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall hatte Brüggemann eben auch nochmal gesagt, dass die ganzen Fehler unter anderem eben unter der Leitung von Klein passiert sind und auch abgesegnet wurden vom Aufsichtsrat, die eben zu dieser schlimmen wirtschaftlichen und sportlichen Lage geführt haben, weil Klein eben so lange da war. Also da hat er auch nochmal, es war jetzt nicht nur gegen Kai Bernstein, sondern es war eben auch gegen Klein. Wie soll ich das beurteilen? Keine Ahnung. Ich finde nur, wenn man sowas äußert über jemanden, dann könnte man, dann mach es doch vor Ort, vor den Leuten. Klar, dann hätte es wahrscheinlich extreme Pfiffe gegeben, muss man sich dann auch erstmal trauen. Aber ich finde, weiß ich nicht, fand ich schon damals bei Pering nicht gut und fand ich auch so eigentlich nicht gut dieses Nachgetreten, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das Hertha BSC jetzt helfen? Es kann in dem Sinne helfen, dass man Leuten sagt, ey, guckt mal bei den nächsten Wahlen, dass ihr aus dem Lager irgendwie gar keinen mehr wählt, weil guckt mal, was die alles gemacht haben. In dem Sinne schon, aber dann zurückzutreten und zu sagen, für Hertha und dann eben so nachzutreten, das macht ja keine gute Außendarstellung für uns und weiß nicht, wie uns das jetzt wirklich was bringen soll, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wir können es nicht beurteilen, wir waren nicht dabei. Man hört immer viele Sachen, was davon stimmt, was die Leute immer da für Ziele verfolgen, wenn sie einem sowas sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es schon absehbar, dass Brüggemann sich da nicht so gut mit Kai Bernstein verstanden hat. Auf jeden Fall kann man aber auch noch mal sagen, am Ende seines Briefes stand dann auch noch mal, dass er sich selber sicher gewesen ist, dass es nicht zur Abwahl gekommen wäre, weil er mit so vielen Leuten im Umfeld von Hertha eben gesprochen hat hat und so viel Zuspruch bekommen hat, dass er sich sicher war, dass von den anwesenden Mitgliedern knapp 2000, dass er da eben, dass eben nicht diese Dreiviertelmehrheit, also 75 Leute, die dafür stimmen, dass er abgewählt werden soll. Da war er sich wohl sicher, dass das nicht passiert wäre, aber das ist natürlich jetzt absolut hypothetisch, zumal der letzte Amtwahlantrag ja schon 51 Prozent Zustimmung erlangt hat und das ist ja schon eine Weile her. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir bald wieder endlich was wählen dürfen. Mal gucken, wie sich das in Zukunft alles entwickelt und wer vor allem den Vorsitz übernimmt. Scott Körber hatte dann schon gesagt, dass da in den nächsten Wochen dann eine Entscheidung kommt, wer erstmal den Aufsichtsrat-Vorsitz übernimmt. Es sind jetzt drei verbleibende Mitglieder, mit Scott Körber, mit Thorsten Klein und Andreas Schmidt. So, dann gab es eine Rede, das war erstmal der Anfang, war auch immer so ein bisschen, also als die Sachen vorgelesen wurden, war jetzt nicht so, dass da laut gefiffen wurde oder sowas, war schon so ein Grummeln teilweise und so ein bisschen ab und an mal so ein Buchruf. So war zumindest die Stimmung dann im Saal. Fabi Drescher hat das einfach ganz nüchtern halt vorgelesen und dann dazu auch nichts mehr gesagt. Dann kam Pal Dardai rein, natürlich wieder mit tosendem Applaus und hat eigentlich viele Dinge gesagt, die er schon häufiger gesagt hat, auch in Pressekonferenzen. Da war jetzt nicht unfassbar viel Neues dabei, außer eben, dass er sich auch nochmal bedankt hat für die Unterstützung, auch von den Fans und dass es jetzt endlich eine Mannschaft ist und die auch funktioniert. Hatte auch nochmal Benni Weber, Kai Bernstein, Zecke und Co. gelobt für die tolle Arbeit eben im Sommer. Und dann, für mich doch überraschend, ich weiß nicht, ob das abgesprochen war, das weiß man ja bei Pal immer nicht, sagte Pal auch endlich mal ein Ziel, das mit Zahlen beziffert wurde, nämlich das Ziel, dass man bis Weihnachten, also Ende der Hinrunde, will man auf Platz 4 bis 5 stehen. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ich meine, wir haben jetzt wichtige Spiele gewonnen und ich finde, es kommen jetzt auch Spiele, wo man überhaupt keine Angst haben muss, wo man selbstbewusst reingehen sollte, wo man sich natürlich nicht sagen kann, die gewinnst du jetzt einfach alle. Aber es kommen jetzt Spiele, wo es schon möglich ist. Wir spielen jetzt erstmal auswärts in Nürnberg. Ist leichter gesagt als getan, natürlich. Aber wir spielen jetzt in Nürnberg, dann spielen wir zu Hause gegen Paderborn, dann kommt zwischenzeitlich nochmal Mainz in der englischen Woche im DFB-Pokal, dann auswärts in Rostock. Dann spielen wir, glaube ich, zu Hause gegen unsere Freunde vom KSC und dann spielen wir auswärts in Hannover. Das sind Spiele, es ist nicht unmöglich, da auch mal eine Serie zu starten. Und bei Pal Dada ist es ja sowieso so, ich finde, der hat ein ganz gutes Gespür dafür, wie seine Mannschaft gerade tickt. Und am Anfang der Saison hat er halt gemerkt, hier sind noch so viele Wechsel wahrscheinlich. Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass sie Selbstvertrauen haben und keinen öffentlichen Druck haben. Kein öffentlicher Druck bedeutete dann, ja, wer weiß, vielleicht spielen wir vier Jahre in der Zweiten Liga. So hat er es ja formuliert. Scheinbar, jetzt nach den Ergebnissen, findet er, dass die Mannschaft jetzt, also so würde ich das interpretieren, dass die Mannschaft jetzt an einem Zeitpunkt ist, wo man denen schon mal auch ein bisschen Druck machen kann und machen sollte, damit sie mehr erreichen. Dass man nicht eben einfach sagt, wir sind jetzt hier knapp auf dem einstelligen Tabellenplatz, wenn wir da bleiben, ist alles gut, sondern dass man jetzt eben sagt, naja, Platz vier bis fünf soll es Weihnachten schon sein, Leute. Jetzt müsst ihr Gas geben. Die Zeit ohne groß Druck von außen ist vorbei. Ich finde, man kann es jetzt auch anders interpretieren, vielleicht hat er es auch einfach nur gesagt, weil viele ja danach gefragt haben, inklusive ja mir. Mir hätte es auch gereicht, wenn die Ziele intern gesetzt werden, aber ich finde, dass Paul Dardai für sowas, was Motivation und so weiter, das liegt natürlich auch daran, dass ich Paul sehr mag, aber ich glaube, dass er dafür ein ganz, ganz feines Gespür hat und das ganz bewusst wählt, wann er das denn eben sagt. Ja, dann gab es die Grußworte von Kai Bernstein. Das war eigentlich eher so eine Zusammenfassung nochmal seit der letzten MV, was alles gemacht wurde. Würde ich jetzt gar nicht so detailliert darauf eingehen wollen, weil es einfach nichts unfassbar Neues jetzt für uns ist, außer, dass er eben nochmal gesagt hat, was unseren Verein eben ausmacht. Und das sieht man ja weiterhin. Wir sind jetzt wirklich knapp bei 50.000 Mitgliedern. 49.000, wie viel waren es? 49.440 Mitglieder. Und nochmal, da kann ich allen nur danken, die sich für diesen Schritt entschieden haben in so schwierigen Zeiten. Vier Jahre, absolut schwierige Zeiten. Dann eine Mannschaft, die auch nicht wirklich sympathisch war, was sich jetzt natürlich total geändert hat. Wir sind in die zweite Liga abgestiegen und das darf man nicht vergessen. Wie viele Leute sind halt als Fans schon eben erfolgsorientiert, wenn man das dann als Fans bezeichnen kann, die einfach wie Erfolgsfans, sage ich mal. Wir haben einfach in der gleichen Stadt einen Klub, der das geschafft hat, was wir seit Ewigkeiten wieder schaffen wollten, nämlich Champions League im Olympiastadion. Und in solch einer Zeit, sondern trotzdem ein konstantes Wachstum hinzulegen und mittlerweile bei 49.440 Mitgliedern zu liegen, das finde ich ganz, ganz toll. Deswegen danke da an alle, die sich da weiterhin für entscheiden und vor allem auch neu dazu entschieden haben. Und jetzt bin ich mir sicher, dass wir doch bald mal die Nachricht hören müssen, 50.000. Also wenn jetzt Leute immer noch überlegen, das ist mittlerweile so ein, ja, es ist irgendwie so eine Aufbruchsstimmung für meine Begriffe im Verein. Es läuft so vieles in die richtige Richtung. Wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Wir kommen ja gleich noch zu den Finanzen. Aber es läuft so vieles in die richtige Richtung. Es macht irgendwie, man kann wieder stolz sein auf Hertha. Wenn ich auch mit Leuten spreche, mit Kumpels spreche, die alle keine Hertha-Fans sind, wir haben wieder ein sympathischeres Bild und es ist auch einfach cool, dazugehören und den Verein quasi mit der Mitgliedschaft zu unterstützen. Und damit meine ich eben nicht Leute, die da nur Mitglied werden, um irgendwelche Vorteile zu generieren, die man natürlich teilweise auch hat. Gerade was Karten erwerben angeht, auch auswärts und so weiter. Aber vor allem eben, um den Club zu unterstützen und zu zeigen, wie viele Leute eben zur alten Dame stehen, trotz dieser schwierigen Zeiten und trotz extrem großem Erfolg von einem anderen Club namens Union bei uns in Berlin. Übrigens letztes Jahr, und jetzt guckt mal, was wir für ein solches Jahr eigentlich hatten, hatten wir noch 44.000 Mitglieder, also 5.000 Mitglieder Zuwachs, das ist schon eine Hausnummer, auch wenn Union jetzt, glaube ich, über die 60.000 gekommen ist, aber das ist normal, wenn du so erfolgreich bist. Also da hast du so einen Zuwachs und ich finde es ganz, ganz toll, da sollten wir uns auf uns konzentrieren und finde das sehr, sehr motivierend. Also jeder, ich freue mich da auch immer, manchmal posten Leute Storys, wo sie mich markieren, dass sie jetzt Mitglied geworden sind oder schreiben mir Nachrichten dazu, dass sie sich jetzt auch dafür entschieden haben. Das freut mich immer sehr. Es wirkt ein bisschen hier wie bei so einem Strukturvertrieb. So ist es aber nicht gemeint. Das solltet ihr natürlich selber entscheiden, aber ich freue mich darüber immer sehr, wenn unsere Mitgliederzahl wächst. So, und jetzt kommen wir, bevor wir gleich auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was Secke gesagt hat, zu den Zahlen. Das ist ja für mich neben der Präsidiumswahl immer eins der interessantesten Themen bei den Mitgliederversammlungen. Erst recht, wenn es um einen Verein in den letzten Jahren so schlecht stand, dass man das Gefühl hatte und es war wahrscheinlich auch so, dass eine absolute Misswirtschaft betrieben wurde. Zu den Zahlen. Da sind wir wieder bei, wie wird man in der Öffentlichkeit dargestellt, liebe Freunde. Du kannst alles zu positiv sehen, du kannst alles zu negativ sehen, um Schlagzeilen zu machen. Negativ Schlagzeilen machen natürlich immer mehr Auflage. Ich versuche das immer aus meiner Sicht halt zu sagen. Ich finde, man sollte schon immer kritisch sein, jetzt aber auch nicht alles schlecht reden. Fangen wir mal mit den Zahlen an. Wir hatten ja ein prognostiziertes Minus für die abgelaufene Saison, das abgelaufene Geschäftsjahr von 65 Millionen Euro. So hieß es zumindest mal am Anfang. Jetzt ist es doch deutlich mehr geworden, was ich mir schon gedacht habe. 99 Millionen Euro minus 22, 23 in der Saison. Mehr als erwartet. Wir haben deutlich weniger Umsatz gemacht. 20 Millionen, was unter anderem natürlich auch damit zusammenhing. Das ist ja immer einer der Haupteinnahmen für Fußballclubs, dass die TV-Einnahmen drastisch weniger wurden, weil wir teilweise auch noch Geld aus der internationalen Vermarktung bekommen hatten, wo das dann sich abstuft, wenn du lange nicht mehr dabei warst und so weiter. Personal war natürlich irrsinnig hoch. Nicht nur wegen den ganzen Neueinstellungen, sondern auch wegen der Spieler, die wir hatten. Da hat ja allein der Profikader irgendwie 80 Millionen von knapp 100 Millionen Personalaufwand ausgemacht. und auch Sachkosten waren deutlich zu hoch. Ja, also 100 Millionen minus ist natürlich die schlechte Nachricht, kann man auch ganz klar so sagen. Aber die Tendenz ist trotzdem positiv, weil damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, als die Anleihe verlängert wurde. Da hieß es mal, ja, wenn wir quasi in der nächsten Saison nach EBITDA zumindest mal schwarze Zahlen schreiben würden, wäre das gut. Das wäre möglich im Falle eines direkten Wiederaufstiegs, wo ich mir ja dann immer schon Sorgen gemacht habe und gesagt habe, ey, wenn die das schon für die Gläubiger da reinschreiben, was ist denn dann, wenn wir nicht direkt wieder aufsteigen? Wann schreiben wir denn dann endlich mal schwarze Zahlen? Und dann kam das für mich doch schon recht überraschende Vortrag von Tom Herrig, der eben sagte, wir werden in diesem Jahr nahezu schon ein ausgeglichenes Ergebnis haben. Rund minus 1,5 Millionen sind eingeplant. Das kann natürlich noch schlechter werden, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber das ist natürlich eine Sache, die ich absolut hervorheben muss und mit der ich, da bin ich positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß natürlich, dass wir die Personalkosten drastisch reduziert haben, dass wir auch Transferüberschüsse erzielt haben, dass das eine super Arbeit war, dass wir natürlich leider auch viele Leute auf der Geschäftsstelle entlassen mussten, waren ja rund 80 Leute. Aber dass man das innerhalb des Abstiegs so schafft, dann direkt bei Plus, Minus, Null zu sein, das ist schon für meine Begriffe eine sehr starke Leistung, die für mich auch nicht so absehbar war. Wir haben wohl die Kosten insgesamt um 80 Millionen. Da sieht man erst mal, wie da gearbeitet wurde. Klar, wir sind jetzt in der zweiten Liga, da sind die Ansprüche auch andere, aber um 80 Millionen die Kosten reduziert. 50 Millionen Personalkostenreduzierung. Wir hatten das ja schon mal gehört, beim Spieleretat beziehungsweise den Gehältern der Spieler, da waren wir ja rund bei 80 Millionen, das soll wohl extrem geschrumpft sein auf 30 Millionen, also über 60 Prozent. Nicht nur diese Einsparungen, die ja in den Verträgen sind von Spielern, die geblieben sind, dass die Topverdiener irgendwie 40 Prozent weniger verdienen in der zweiten Liga und die anderen Spieler 30 Prozent weniger verdienen, sondern eben auch durch Verkäufe wie Luke Bakio, wie Tussar, wo auch eben nochmal erklärt wurde auf der Mitgliederversammlung, die wurden nicht nur verkauft, damit man Geld damit generiert, sondern wir mussten diese Gehälter loswerden. Wir mussten diese Gehälter loswerden. Tussar war ja wohl auch Topverdiener bei uns und da wurde dann eben auch nochmal erklärt, was ja für uns auch am Anfang nicht verständlich war, aber dass eben Tussar weg musste von den Gehältern her und dass es da einfach keine Angebote gab, außer von Union und am Ende bleibt man auf so einem Spieler dann sitzen. Dann musst du das Angebot, was du eben kriegst, annehmen, wenn da keine großen Angebote sind. Und bei Dodi Luke Bakio war es wahrscheinlich einfach so, dass du weißt, da kommen immer wieder Angebote rein, den kannst du auch spät noch verkaufen, den werden wir loswerden, weil er auch wahrscheinlich ein geringeres Gehalt nochmal als ein Tussar hatte. Und dementsprechend kann man das schon verstehen, aber es ist schon Wahnsinn, auch Sachkosten, 20 Millionen Euro reduziert, wo ja alles Mögliche dazu gehört. Da geht es eben um alles Mögliche, was dann eben mit einfließt, was nicht schön ist, aber dass dann eben auf einer Mitgliederversammlung Essen und Trinken nicht mehr alles umsonst ist. Oder das ist, was ja mal geschrieben wurde, dass es nicht mehr überall kostenlose Getränke gibt bei Hertha in der Geschäftsstelle. Und was weiß ich alles, dass man teilweise Essen selber zahlen muss. Da spielt bei so einem großen Fußballclub eben alles mit rein. Und muss ich sagen, großen Respekt an Tom Herrig und sein Team und alle, die damit verantwortlich sind, das so runtergecuttet zu haben. Jetzt kann sich das natürlich noch verändern. Du weißt immer nicht, vielleicht hast du nochmal ein paar mehr Einnahmen durch Ticketverkäufe. Vielleicht kommst du sogar am DFB-Pokal weiter. Auch sowas wäre nicht unwichtig finanziell. Allein schon, was die Tickets angeht, auch da können wir natürlich unterstützen, wenn wir alle zahlreich ins Stadion gehen gegen Mainz. Bringt uns das unserem Verein auch nochmal ein bisschen was. Wir haben aber auch noch einige Gerichtsprozesse am Laufen. Da hatte Tom Herrig gesagt, 11,5 Millionen circa Rückstellungen gebildet. Ich denke mal, da ist jetzt noch nicht abgezogen, weil das ja wahrscheinlich vorher geplant war. Rüne Jahrstein, dann haben wir noch Max Jung, Pablo Thiam, Bobic und so weiter. Das heißt, da müssen wir dann gucken, wie viel wird das wirklich werden und ist es dann am Ende mehr als die Rückstellungen, die wir gebildet haben, dann sieht das Betriebsergebnis natürlich schlechter aus als prognostiziert, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht schließen wir auch gar nicht so schlecht ab bei den Prozessen und haben dann am Ende sogar mehr Rückstellungen gebildet als benötigt, sodass es sogar doch noch ein größeres Plus gibt. Also das ist natürlich schwer einzuschätzen, aber von diesen Jahren 100 Millionen minus, 70 Millionen minus, 50 Millionen minus, was auch immer, da wegzukommen aus dieser Schuldenfalle und erstmal einen klaren Cost-Cut zu machen, dass das so schnell geht, hätte ich eigentlich nicht vermutet, aber finde es erstmal gut, das ist der richtige Weg. Dennoch ist es natürlich so, dass wir, da gab es dann auch nochmal einige Nachfragen zu, dass wir ja auch irgendwann 2025 die Anleihe trotzdem zurückzahlen müssen und auch dort höhere Zinskosten derzeit schon haben. Das ist auch alles mit eingeflossen in die Betrachtung. Da konnte er allerdings noch nicht so eine richtige Antwort drauf geben, weil ich habe auch immer gesagt, ja was ist denn, wenn wir nicht wieder aufsteigen, selbst wenn wir ins Plus, Minus, Null kommen, haben wir immer noch Schulden und wir haben immer noch nicht mehr Geld generiert. Also klar kommt da auch noch, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, kommen da natürlich auch noch die Tranchen rein, die Triple Seven gezahlt hat, aber die sind ja eigentlich auch größtenteils schon verplant. Unser Eigenkapital, was sich ja mal vor zwei Jahren noch auf über 100 Millionen Euro belaufen hat, auch wenn da Schulden gegenüberstanden, beläuft sich jetzt nur noch auf 5 Millionen. Also das ist natürlich für einen Fußballklub wirklich nicht mehr sonderlich viel. Wir kennen das ja noch, dass auch in Lizenzierungsverfahren es Strafen geben kann für Clubs, wo das Eigenkapital negativ ist, erst recht, wenn die Prognose negativ ist. Das ist natürlich alles nicht gut, aber trotzdem kann man ja sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir wissen nicht, was mit der Anleihe ist. Er sagte dazu, Tom Herrig, muss man dann schauen. Also so richtig einen Plan, dass man die da zurückzahlen kann, wird es wahrscheinlich noch nicht geben, es sei denn, man nimmt mehr ein oder steigt direkt wieder auf oder es läuft wieder besser oder was weiß ich, findet noch Sponsoren, die mehr bezahlen. Hat mehr Zuschauer Einnahmen, weil ich glaube, ansonsten läuft es auf eine nochmalige Verlängerung der Anleihe hinaus, wäre dann halt die Frage, ob die Gläubiger damit einverstanden sind und vor allem auch zu welchem Zinspreis für uns. Das wurde, ja, das hatte zumindest Tom Herrig so gesagt, dass man dann eben schauen muss, ob man das eben nochmal verlängert. So hörte sich es zumindest für mich an. Aber man sieht, man kann es so schreiben, man kann schreiben, oh Gott, Hertha, 100 Millionen minus, was natürlich schlecht ist. Es ist nochmal eine Erhöhung des Minus, es ist nochmal schlechter als erwartet. Das will ich gar nicht schön reden. Es ist schlecht, auch wie die Saison dann abgelaufen ist. Aber wir haben jetzt eine gute Marschroute und ich glaube, dass auch für das nächste Lizenzierungsverfahren sowas absolut wichtig sein kann, weil die Prognose wirklich positiv ist. Beim letzten Mal haben wir die Lizenz unter Auflagen bekommen und was passiert denn, wenn man in der zweiten Liga bleibt? Wenn die Prognose positiv ist, weil man eben nicht mehr jedes Jahr mit riesigen zweistelligen Millionen Minus rechnen muss, dann ist es vielleicht im Zweifel auch einfacher nachzuweisen, wie man in Zukunft arbeiten will und warum man die Lizenz bekommen muss als Hertha. Also von daher kann man so schreiben, man könnte aber auch schreiben, der Konsolidierungskurs ist im vollen Gange und scheint richtig gut zu fruchten und es wurde in allen Bereichen, ich kann ihn nicht oft genug hervorheben, Benni Weber, aber auch im Bereich von Tom Herrig und alle, die wir da eben als Experten hinzugezogen haben, was diesen Sanierungsprozess angeht, wurde gut gearbeitet, finanziell gesehen, natürlich gab es da, das will ich gar nicht runterreden, gab es da natürlich traurige Schicksale dann auch für Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die dann am Ende darunter leiden mussten, obwohl sie vielleicht gar nichts dafür konnten oder wahrscheinlich gar nichts dafür konnten, wie da gewirtschaftet wurde, aber so ist es normal, wir kriegen halt keine Zuschüsse und können nur das ausgeben, was wir eben einnehmen und eigentlich bräuchten wir mal ein paar Jahre, wo wir mehr einnehmen, als wir ausgeben. Man kann ja auch nochmal sagen, das weiß man ja auch nicht, es wäre natürlich toll, wenn man mal aufsteigt und irgendeinen Jugendspieler hat, der sich so super entwickelt, dass man da vielleicht einen zweistelligen Millionenbetrag, ist jetzt Utopie, aber dass man sowas irgendwie generieren kann, weil das sind natürlich dann auch Einnahmen, die einfließen, mit denen du nicht groß gerechnet hast, die natürlich auch wieder reinvestiert werden sollten, aber wo man vielleicht einen Teil dann auch zurücklegen kann, um eben irgendwann mal so eine Anleihe zu bezahlen. Das muss schon unser Weg weiterhin sein. Zecke hat dann auch die Stimmung total aufgelockert, wieder so wie man ihn kennt, hat dann aber auch nochmal gesagt, wir sind bei vielen Jugendspielern dran und man hat es ja schon gesehen in der Vergangenheit, mit wem wir alles verlängert haben, ob das ein Gottschalk war, ob das ein Ibo Masa war, vielleicht versucht man es auch mal bei einem Benzedada, ich glaube der Vertrag läuft nächsten Sommer auch aus, aber er hat eben auch schon mal die Erwartungen gebremst, in dem Zecke gesagt hat, man kann nicht alle Spieler halten und das liegt nicht daran, dass wir nicht alles geben, die zu halten, sondern dass da teilweise wirklich sehr, sehr große Vorstellungen bei den Spielern, Beratern und Eltern sind, obwohl das eben noch Jugendspieler sind und dass man so viel ins Risiko dann bei den Verträgen teilweise nicht gehen kann, weil wir kennen es ja auch, klar, großes Talent, ob der dann wirklich uns direkt weiterhilft, ist die nächste Frage und dann kannst du ihm halt nicht einen Vertrag anbieten, er hat gefühlt fünf Minuten mal bei der zweiten bei uns gespielt und soll direkt verdienen wie ein Profi, das geht eben auch nicht. Wenn die allerdings schon Angebote bekommen von etwaigen Topklubs, ob es aus der Bundesliga ist im Nachwuchsbereich, da kennen wir ja einen Verein, der gerne bei uns wildert oder ob es eben aus dem Ausland sind, natürlich gehen die dann mit solchen Forderungen und Vorstellungen in unsere Gespräche rein. Wir können dann eben nur davon überzeugen, dass wir Leute haben, die sich den Weg langfristig angucken, die einen Entwicklungsplan haben und die, wo die Durchlässigkeit auch einfach gut gegeben ist, ist, dass sie eben Spielzeit bekommen. Das hat eben Zecke auch nochmal so gesagt und hat dann eben in dem Rahmen auch gleich mal noch veröffentlicht, zusammen mit Benni Weber, dass wir wieder mit einem Talent langfristig verlängert haben. Gestern wurde da auf der Mitgliederversammlung noch keine Angabe zugemacht, wie lange der Vertrag verlängert wurde. Der Kicker will es aber in Erfahrung gebracht haben und auch Transfermarkt.de schreibt es jetzt, wir haben mit Marten Winkler bis 2027 verlängert. Zecke ist halt auch irgendwie so ein, wie sagt man immer, so ein Menschenfänger im positiven Sinne. Der sagt dann, so, jetzt nehmen wir ein Video für Marten Winkler auf, weil er ja gerade heute nicht hier ist. Ich sage, dass wir den Vertrag verlängert haben und ihr jubelt alle. Hat er dann aufgenommen, den ganzen Saal, wie er gejubelt hat und auch alle auf der Bühne, wie sie gejubelt haben, hat er Marten Winkler geschickt und danach hat er noch den Satz nachgedrückt und meinte, seht ihr nämlich an alle Eltern und Berater und Spieler, wenn ihr hier bei Hertha verlängert, dann kriegt ihr so einen Applaus und werdet so gewertschätzt. Macht das schon unterschwellig auch gut. Also das ist auf jeden Fall auch eine schöne Nachricht gewesen. Winkler, der sich ja fantastisch entwickelt hat bei Waldhof Mannheim und bei uns jetzt auch. Ja, da sind auch mal Spiele dabei, die sind nicht so gut, aber ich finde, er ist ein großes Talent, er bringt viel mit. Wenn er noch an ein paar Sachen arbeitet, wie der Entscheidungsfindung und auch konstanteren Leistungen, dann kann er ein richtig guter Kicker werden und laut Kicker haben wir bis 2027 mit dem jungen Mann verlängert, was mich sehr, sehr freut. Langfristig, vier Jahre, ist, glaube ich, jetzt 20 Jahre alt, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Nachricht. Ja, und bevor wir dann gleich noch zu den Präsidiums Nachwahlen kommen, können wir auch noch mal kommen zu Gersbeck. Da war ich ja gespannt, weil ich natürlich auch verstehen kann, die andere Seite, die das total kritisch sieht, diese Begnadigung quasi, beziehungsweise diese zweite Chance und das war auch in der ersten Kommunikation von Hertha aus meiner Sicht nicht gerade abholend und nicht auch gerade gut formuliert, aber Gersbeck wollte sich ja und sollte sich auch vor den Mitgliedern eben stellen und da seine Sicht der Dinge schildern und sich auch noch mal entschuldigen. Und ich war gespannt, wie wird das sein, weil man hat natürlich im Internet schon ziemlich viel gelesen, auch von ganz vielen Leuten, die bei mir auch natürlich kommentieren, was ja auch euer gutes Recht ist, eure Meinung. Man hat auch ganz viel gelesen von Leuten, die austreten wollten aus dem Verein, war dann deutlich weniger, als es die Bild geschrieben hat, aber es gab natürlich welche und das ist ja auch eine ganz, ganz schwierige Thematik und ich war einfach gespannt, wie wird die Reaktion im Saal sein, wenn er dann aufs Podium kommt, ist er dann auch. Es gab tatsächlich sicherlich auch viele Leute, die das weiterhin kritisch sehen, aber es gab keine Berufe und keine Pfiffe. Ich persönlich fand die Rede gut, ich nehme ihm diese Entschuldigung ab, außerdem ist die Entscheidung jetzt eh gefällt, damit müssen wir leben. Es gäbe sowieso keine Entscheidung, hinter der alle Mitglieder gestanden hätten. Natürlich, ich bleibe weiterhin dabei, die einfachere Entscheidung wäre gewesen, ihn einfach zu kündigen. Ob es jetzt arbeitsrechtlich einfacher wäre, weiß ich jetzt nicht, aber für die Öffentlichkeit, sage ich mal, weil da kann keiner groß was gegen sagen, wenn es eben so gekommen wäre. Aber er hat sich für alles entschuldigt. Er hat gesagt, sinngemäß, dass das sein größter Fehler seines Lebens war und dass er es absolut bereut und vor allem auch, dass es ihm wirklich leid tut, was er den Leuten angetan hat, was er seinem Umfeld angetan hat und was er auch härter damit in dem Sinne angetan hat und hat um Entschuldigung gebeten und hat auch noch mal gesagt, dass er sich mit dem Opfer eben geeinigt hat und hat dann noch mal eine kleine Zwischeninfo gebracht, dass auch das Opfer nicht wollte, dass er nicht weiter Fußball spielen kann. Das hat er dann noch mal mit eingeworfen, dass sie ihm das so gesagt haben und dass man ihn jetzt daran messen kann, dass er alles geben wird für Hertha, weiter in den Traum hat. Das ist natürlich dann so ein bisschen gefühlsmäßig mitgenommen, dass er weiter in den Traum hat, vor seinen Kindern im Olympiastadion zu spielen. Trotzdem ändert das natürlich nichts an der Sache, aber er hat richtig guten Applaus bekommen. Viele Leute sind sogar aufgestanden, nur mal so um die Stimmung des Saals wiederzugeben, wie ich sie wahrgenommen habe und ich habe da keine Pfiffe oder so gehört. Also kann man zumindest sagen, selbst die, die kritisch waren, die haben sich zumindest nicht lautstark darüber geäußert, was ja nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Er hat übrigens auch gesagt, was ja so ein bisschen schon als Gerücht rumgeschwört ist im Internet, dass er versucht hat, alle zu kontaktieren, die seinetwegen aus dem Verein ausgetreten sind, telefonisch, dass er aber nicht alle erreicht hat und dass gerne nach dem Training am Mittwoch die Leute, die gerne ein persönliches Gespräch mit ihm zu der Sache wollen, auch sich noch mal mit ihm unterhalten können, damit jetzt da nicht jeder eine Einzelne noch eine Nachfrage stellt, sondern dass man das dann persönlich im Gespräch gerne machen kann, was ich auch eine gute Sache eigentlich fand und ich habe auch gesehen, als ich rausgegangen bin aus der Mitgliederversammlung, dass da gerade zwei Leute, ich glaube, es war ein Pärchen standen mit Marius Gersbeck, das war so in der Halle, wo man sich aufhalten kann, wenn man was essen will und die haben sich dann halt mit ihm ausgetauscht und er hat dann mit denen gesprochen. Also glaube ich schon, dass er dazu auch bereit war, der ist nicht direkt danach abgehauen quasi, sondern er war da und hat sich auch mit den Leuten ausgetauscht, das nun mal als Wiedergabe, wie das so alles war. Ja, ohne dass ich das Thema jetzt wieder neu aufmachen wollen würde. Ja, dann kommen wir, bevor wir noch kurz zu den Anträgen kommen, vielleicht noch mal zu einer Info, die zwischenzeitlich auch Zecke mal wieder so geleakt hat, keine Ahnung, ob das so geplant war, aber dass man in Zukunft auch eine Kooperation mit dem KSC eingehen will, auch was den Jugendbereich und so weiter angeht, um da Synergien zu schaffen, fand ich auch eine ganz coole Information. Ja, und dann kamen wir zur Wahl. 21 Kandidaten gab es fürs Präsidium. Ich glaube, zwei von ihnen, waren zwei oder drei, haben dann eine Rede gehalten und haben dann eben schon gesagt, dass sie sich nicht zur Wahl stellen werden, weil sie eben gesehen haben, worauf es gerade ankommt. Und es kommt gerade auf absolutes Finanzwissen halt auch an, ja, und dass man Fähigkeiten hat, auch in der Konsolidierung, dass sie selbst gerne ins Präsidium gekommen wären, um zu helfen, aber dass sie einfach im Kandidatenkreis bessere Qualifiziertere gesehen haben, die das besser übernehmen können und haben deswegen ihren Kandidatenplatz quasi geräumt, was ich schon eine starke Geste dann auch finde, wenn man sagt, ey, guck mal, ich habe hier gesehen, wir brauchen gerade diesen Fachbereich, der hilft uns gerade weiter in den nächsten Jahren und ich glaube, dass die das besser können als ich selber, finde ich immer eine starke Einschätzung. Im ersten Wahlgang hat es wohl nicht, für keinen gereicht, ja, also man hätte 672 Stimmen gebraucht, um im ersten Wahlgang direkt ins Präsidium gewählt zu werden. Das hat allerdings niemand erreicht von denen, die man dann noch wählen konnte. Ich kann ja mal die Top-Leute hier vorlesen, das war Arne Noske mit 605 Stimmen, das war natürlich relativ knapp. Wenn wir jetzt nochmal gucken hier, Sarah Warnen hatte 501, Dr. Ralf Täter, ey, sorry, ich habe den letztes Mal Theater vorgelesen, Dr. Ralf Täter, er hatte 547, Niklas Lohse hatte 408, das waren so die Stimmen, die über 400 gekommen sind, Sören Kablitz-Kühn hatte auch noch 384, hatte hier noch einer so, ja, und dann ging es halt in den zweiten Wahlgang, wo dann auch viele gesagt haben, ich trete dann zurück, damit ich eben frei den Weg machen kann für die, wo die Stimmen schon hoch sind, sodass man dann noch aus gewissen Anwärtern dann eben wählen konnte, ja, und im Ergebnis haben es drei ins Präsidium geschafft. Ja, und im zweiten Wahlgang haben dann, waren dann genug Stimmen da, und zwar für drei Personen, Arne Noske, die hat die meisten Stimmen bekommen, 730, Saravanen Sundaram hat 648 Stimmen bekommen und Dr. Ralf Täter 644, was dann knapp ausreichend war, weil dann eben nur noch, ich glaube, 601 Stimmen oder so benötigt wurden, so dass sie jetzt in der Zeit dann achtköpfigen Gremium sitzen, zusammen mit denen, die eben im Präsidium noch verblieben sind, also mit dem Präsidenten Kai Bernstein, mit dem Vizepräsidenten Fabi Drescher, mit Anne Jüngermann, Per Mock Stümer, Hans-Joachim Bläsing. So, da haben wir das jetzt wieder, nachdem Tim Kauermann ja ausgeschieden war und auch Ingmar Pering zurückgetreten war, ist das Präsidium jetzt mit acht Leuten komplett zu. Anne Noske kann man vielleicht noch sagen, da hatte der Kicker auch nochmal ausführlicher darüber berichtet, die war schon mal bei Hertha im Pressebereich tätig, sogar relativ lange, ist jetzt nicht mehr dort tätig gewesen, also hat selbst auch gesagt, hat den Blick von außen und innen. Ralf Täter hatte zumindest in seiner Rede viel von seiner Expertise eben in Verhandlungen auch mit Banken gesprochen, was natürlich auch ganz, ganz wichtig für diesen Konsolidierungskurs ist und Sarah Warnan, Sundaram, da findet ihr, fällt mir gerade ein, wenn ihr ihn ein bisschen besser kennenlernen wollt, bei Hertha Viking auf seinem Instagram-Kanal, liebe Grüße gehen raus an Micha, der macht ja immer Hertha-Taxi und das hat er ja auch mal mit Sarah Warnan gemacht, könnt ihr euch mal angucken, wir dürfen ihn übrigens, hat er selber in seiner Rede gesagt, kurz Sarah nennen, ist derzeit, war auch in Startups tätig im Tech- und Werbebereich, hat auch ganz lustig gesagt, in seiner Rede leitet ein Team von einer der größten Steuerberateragenturen in Deutschland und das, obwohl er nicht mal Steuerberater ist, also in vielen Bereichen tätig. Ich hoffe, wir haben die richtige Wahl damit getroffen und dass wir in Zukunft trotzdem da natürlich auch kritikfähige Leute drin haben, Leute, die auch Kritik äußern, die trotzdem, wie es ja jeder immer sagt, eben auch meinungsstark sind und ihre Meinung auch vertreten, sodass es dann eben zum Konsens kommt. Man braucht natürlich auch nicht, dass es immer nur blockiert wird, man muss schon irgendwie Hand in Hand arbeiten, das ist eben ein schmaler Grad, man muss Hand in Hand arbeiten, aber man muss gleichzeitig auch, man muss natürlich gleichzeitig auch kritisch bleiben und vor allem ab und an auch mal den Gegenpol bilden in wichtigen Entscheidungen, um dann eben die beste Entscheidung für Hertha zu treffen. Ja, dann gab es noch den Antrag über das digitale Abstimmen, ob man die Satzung dahingehend ändern soll, der wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Zwischenzeitlich hatten sich dazu auch noch mal Leute aus dem Kommissionsausschuss, die ja gerade die Satzung eh überarbeiten, zu Wort gemeldet, zu diesem Antrag und es hatte sich auch noch mal Thomas Herrich dazu gemeldet, dass es ja sowieso im Raum steht, aber es ist schwierig, wenn man sowas eben direkt in eine Satzung festlegt und dass es eher Schwierigkeiten dann eben birgt und so wurde dieser Antrag über das digitale Abstimmen, was vor allem eben für Exilhertaner interessant ist, was ich auch absolut nachvollziehen kann, mit, wie es immer Dr. Lenfer sagt, mit überwältigender Mehrheit abgelehnt, sodass das gar nicht groß durchgezählt werden musste. Nee, das war's. Die anderen Anträge hatten sich ja erledigt. Der eine Antrag zur Komplettabwahl des Präsidiums und auch des gesamten Aufsichtsrats, der wurde ja zurückgezogen vom Mitglied und der andere Antrag, der war ja dementsprechend nicht mehr drüber abzustimmen, weil Klaus Brüggemann eben selbst zurückgetreten ist. Ja, ansonsten kann man auch sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ich glaube vom Revisionsausschuss, dass es vielleicht gut wäre, wenn die Mitglieder, natürlich soll man kritisch bleiben und natürlich auch Nachfragen stellen und auch Sachen verändern wollen, aber wenn man vielleicht nicht auf jeder Mitgliederversammlung eine Komplettabwahl von irgendwelchen, oder Einzelabwahl erfordert von irgendwelchen Mitgliedern, die ja gerade erst gewählt worden sind oder von einem gesamten Gremium, sondern vielleicht wäre es einfach gut, wenn man dann mal die Perioden, die Legislaturperioden auch abwartet. Ich meine, im nächsten Jahr kann ja der Präsident auch wieder neu gewählt werden und auch die Gremien, gibt es ja normale Intervalle. Also das hatte er mal angemerkt und hatte dafür auch Applaus erhalten, weil wir sind ja jetzt auf dem richtigen Weg oder wir sind zumindest auf einem Weg, den wir gerade beschreiten und ich glaube, dass es uns wenig bringt, immer zwischendurch alle möglichen Leute abzuwählen, sondern vielleicht ist es wirklich besser, dann die Wahlen, die sowieso tonusmäßig angesetzt sind, dann abzuwarten. Das war nochmal so ein Ding. Ich muss nochmal, was muss ich nochmal sagen, ansonsten war das eigentlich eine gute Stimmung auf der Mitgliederversammlung. Ich persönlich finde, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, dass die Leute, die jetzt in den Gremien sind, gut zusammenarbeiten, dass sie weiterhin auch trotzdem kritisch bleiben, konstruktiv miteinander zusammenarbeiten und hoffe, dass es in eine richtige Richtung geht. Finde ja weiterhin, dass man das irgendwie mal abändern sollte. Das kann er natürlich nicht für sich selber machen, dass das Präsidentenamt und sollte man auch über die Gremien nachdenken, auch wenn es da natürlich eine Aufwandsentschädigung gibt, aber da sollte man schon drüber nachdenken, das wie in anderen Vereinen eben auch bezahlt zu machen, weil das ja gar nicht für alle Leute, die vielleicht gut wären, auch in diesen Ämtern möglich ist, so viel Zeit da rein zu investieren, ohne eben dafür ein Entgelt zu erhalten. Das müssen ja nicht unfassbare Summen sein, wie wir sie für gewisse Leute in der Vergangenheit hatten, aber zumindest mal so, dass man das als normalen Job wahrnehmen kann, weil man ja auch eine echt große Verantwortung darin trägt. Und wenn es sowieso branchenüblich ist, wäre ich sowieso dafür. Ob an diesem Gerücht was dran ist, dass Kai Bernstein da wechseln will, kann ich nicht sagen. Mal gucken, was sich da ergibt. Ich bin derzeit soweit zufrieden, wie das jetzt alles gelaufen ist und bin gespannt, wie es in Zukunft weitergeht. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu reinschreiben, ob ihr selber da wart, wie ihr das so alles gesehen habt, ob ihr Dinge anders gesehen habt als ich und wie ihr das alles so findet. Das waren ja viele Themen. Und dann freue ich mich auch gerne natürlich auf den Austausch bei Twitch heute Abend. In diesem Sinne, hao he, auf eine erfolgreiche Woche und vielleicht, vielleicht, vielleicht den dritten Auswärtssiege in Folge. Also da müsste mal jemand nachgucken, wann wir das das letzte Mal geschafft haben. In diesem Sinne, ciao und hao he. Untertitelung im Auftrag des ZDbring